machen oder haben auch können ich mache auch so viele Pistons wie ich gerade rauskriege und dem Holz das ich habe jetzt 20 Hallo warum irgendwann brauchen wir die eh wieder von daher aber wofür wofür so viel was für eine große Getreidefarm willst du äh was für eine große Dingsfarm willst du denn machen ja acht Stück, dass man acht Dinger hat so 16 WP ich würde sagen die kommen dann aber an die Wand oder rechts an die Wand die achso ne die müssen direkt am Wasser stehen die müssen direkt am Wasser stehen ich baue die schon irgendwo hin keine Sorge ich kenne mich damit aus so hast du noch hast du selber Fackeln oder sollt ihr ich habe nur noch so wie die Fackeln Redstone Fackeln oder Fackeln Fackeln Redstone Fackeln habe ich noch keine aber ich habe Holz und ich habe Redstone warte ich mache hier nochmal ich mache nochmal ein ganzes Deck Redstone Fackeln oder auch nicht ich habe gar nicht so viel Holz gehabt den musst du selber Redstone Fackeln bauen war mir klar wieso haben wir gar kein Holz weil ich das gerade komplett verbaut habe in Redstone Fackeln hast du kein Holz mehr ich habe noch 33 Stickys da waren glaube ich 10 Rohholz drin da habe ich 40 Holz rausgemacht ungefähr okay ich gehe mal kurz raus und Holz schlagen mal wieder hast du schon Gravel wie Gravel wir brauchen doch Gravel für das Wasser ne brauchen wir gar nicht ne doch die Pistons blockieren auch das Wasser ich habe jetzt 21 Repeater ja aber es sieht scheiße aus wenn Pistons das Wasser blockieren stimmt ich habe nur 21 Repeater rausbekommen ich lege nochmal ein bisschen Cobblestone in den Ofen ach braucht man da für Clean Stone die wir mal Cobblestone mitnehmen können braucht man da für Clean Stone ja man braucht Clean Stone ok 2 64 haue ich mal rein was ist denn das Rezept für Repeater das weiß ich gar nicht nämlich unten drei ähm unten drei Steine dann links und rechts eine Redstone Fackel und in der Mitte nochmal ein Redstone oh also arsch teuer jip es ist übrigens Nacht ok ui komm Ofen so ja wo bist du denn? draußen das Farmsaut wie Farmsholz so dann baue ich hier schon mal mein Zuckerrohr baue ich dann woanders hin ja dann macht das eine eigene kleine Plantage so sieben habe ich gerade ach dann baue ich das einfach in die andere Richtung der Höhle weiter ja aber dann sieht man sie ja nicht oder? ach ja das wird dann sowieso nicht gehen dass man die sieht das ist ja auch egal naja außer man macht sie halt in die Wand also an die Wand und hinter die Wand noch Wasser einfach weißt du was ich meine? welche Richtung Wand, Wasser, wie, wo ja ich zeig das mal äh ich hab jetzt mal weil wir müssen das ja dann weil die baue ich dann mit einem eigenen Schalter also einen eigenen Redstone guck mal ich meine man baut die jetzt hier hin hier an die Wand dann kann hier einfach die Pistons hier kommen hier in die Wand die Pistons also zum Beispiel so dann kommt hier dein komisches Zuckerrohr hin und hier hinter die Wand einfach Wasser dann hätten wir aber weniger Weizen na wo willst du denn Weizen das hinbauen? da verlieren wir dann eine Reihe Weizen ach egal hast du recht dann der muss aber raus der muss noch ein höher strömt das Wasser dann nicht auch in die Seiten? ne ne oder wo wolltest du das jetzt hinbauen? ich hätte sonst einfach hinter der Wand hier hinten eine eigene Plantage gebaut hier hinter da hinter na gut sieht man dann halt aber auch nicht das ist mir egal na gut dann sieht man auch nicht weil man das ernten muss ne ja eben oh scheiße so verliert man halt eine Reihe Getreide aber das reicht wir brauchen ja sowieso nicht so viel genau dann baue ich das dann reiße ich hier unten mal genau da packen wir unten einfach Wasser hin hast du einen Eimer dabei? natürlich nicht ne? doch natürlich wieso reißt du da auf der zweiten Höhe brauchen wir ja zum Entfernen nein das kommt auf die dritte Höhe doch auf die zweite hast recht ne hast recht zweite Höhe ja hast recht aber ich will vorher mal eine Sache testen so oh das war jetzt scheiße ich erst mal schnell was so wenn ich jetzt hier das Wasser losstücke da ja das strömt hier dann nämlich auch in die Seite ja das wird ja dann gleich nicht sein weil das dann da ja zu ist das wird ja dann hier so zugebaut noch mach jetzt mal lol aber wenn das offen ist strömt das rein jup was gibt das denn für einen Sinn? weil jetzt wird das hier alles komplett noch zugebaut so hier wird zugebaut oder drunter muss Wasser halt ja das schick ich mal kurz kannst du genau schick doch mal was da los hast du eins zu tun du baut? nein ich sag schnuppe scheiße ich bin dort geflogen ich baue mich wieder hoch hat niemand gesehen scheiße es tut mir leid ach lüge doch nicht ja ich weiß ich hab's ja mit Absicht getan mein Gott so aber hier unten lohnt sich das gar nicht Zuckerrohr anzupflanzen ja dann machen wir nur hier diese 8 das reicht ja die 8 oder? genau mehr wollte ich auch gar nicht haben 8 so dann kann ich hier 1,2 hö warum kann ich denn da nicht ich kann hier kein Zuckerrohr hinsetzen weil das gebetet ist ach so musst du hüpfen hüpfen? dann hüpfen schneller ne geht trotzdem nicht ja was hat zu tief dahinter oder was? guck mal hier ja ich sag doch das Wasser ist zu tief das muss daneben sein ja dann machen wir das Wasser noch ein hoch mach du das mal ich mach dir ich hab keinen Eimer ach was kannst du eigentlich so ich brauche auch gar keinen Eimer für na ich hab auch keine Steine mehr nichts das fachst ja auch allen möglichen Scheiß ab ich muss mich ja mal hier in die Richtung buddeln um Steine zu farmen ach so ne das ist nicht richtig oder so da kommen Dings hin jetzt komm ich da natürlich nicht raus so Erde wo wo ist denn der Waffer? der Waffer wo ist das Waffer? ich hab hier hinten noch einen kleinen Brunnen gemacht ich hab keinen Eimer so jetzt müsste man da überall hinsetzen können dann 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 und daneben auch siehste sag ich doch und du willst deine tolle Plantage machen so der Waffer muss nur bis dahin fließen so zack ja ich hab da hinten noch wieder das Ding eingebaut so ähm da dann können wir hier unten eh kein Ding ins anpflanzen da können wir hier auch dicht bauen so zack 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 das war hast du die Hoh dabei? die Hoh? die Hoh? die Hoh? dann hol ich mal schnell eine das können wir dann aufhören hm hm die war doch bestimmt hier oben nein zack 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 ess erstmal was hol mal Gravel mit hm Gravel und Höhle Werkzeuge Gravel nee wo sind die Höhlen? Gravel ist hier ist noch eine Höhle noch eine Höhle so 64 sollten reichen wo packt man den Schalter hin? da an die Wand einfach ne ähm hast du Schalter? nee hast du Holz? nö kein Holz ach so doch Holz gib mir mal äh Holz ein bisschen warte ähm das sind Steine ach das ist Holz danke reicht reicht so dann mach ich hier raus mal Sticks 40 Stück und ein Schalter war glaube ich Pflasterstein ne? ja ach diese scheiß Headset ey dann bring ich hier schon mal einen Schalter an ja am besten mhm ich würde jetzt hier zwischen die beiden Fackeln sitzen da genau hätte ich auch gemacht so das sind 1,2,3,4 1,2,3,4 ja guck mal nach passt das passt das Loch jep toll dann sieht man die Verkabelung ach das ist ja hässlich muss man den Gang noch ein bisschen weiter nach hinten packen ja ich hasts ach dann fehlt für das Zuckerrohr ein eigenes einen eigenen Schalter oder? ja ja hattest du eigentlich gesagt aber das ist sinnfrei da das Wasser von für die Dinge ins E anspringen muss also wird das Zuckerrohr immer geerntet wenn das andere auch das reicht ok dann brauchen dann zieh ich warte ich zieh schon mal den Gang ein bisschen breiter ich lege schon mal hier unten ach ne du hast die Pistons doch schon hin dann packe ich hinter die Pistons schon mal ähm die Repeater die Repeater genau ach Momo scheiß Gang ach ich mach mal ne ne ich muss jetzt noch verbraten Prozent 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 so heißen hatten wir dich noch irgendwo oh wir nehmen uns schon bald wieder ne Stunde auf ne echt wie lange nehmen wir denn auf? 5 Minuten was ist nicht dein Ernst doch alter krasser Scheiß ja gut das also mir ist egal solange du musst ja nur gleich gucken dass mir die Festplatte nicht voll läuft ja weil von mir also ich hab Zeit von mir aus können wir länger hoffen müssen wir gucken wie das halt bei dir läuft mit Festplatte ich kann ja auf meine externe hoffen ja das habe ich ja nicht mehr testen können aber ich meine das hatte ich schon mal getestet ne das hat nur geruckelt ich bin mir grad aber nicht mehr sicher ob's äh werden die bis ins ach da soo wo hab ich denn ach da sind auch schon die Dinger gut wie machen wir das denn ja was hast du schon wieder? gar nichts ich hab gar nichts ich hab gar nichts ähm äh öpp 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 ein zwei drei vier dann müsste es doch hier runter gehen und da geht es schon weiter genau da geh ich nicht die falschen Blöcke wegnehmen sonst hab ich den Wasserfluss nach hinten raus soo ach da muss aber noch ein Entwerter rein ne ja am besten vor allem brauchen wir noch viel mehr äh Repeater achso ja für die Dinger ja weil wir müssen das Signal ja ne Weile halten damit das Wasser richtig fließen kann aber wir brauchen wir gar nicht brauchen wir ja nicht das ist ja automatisch du mal also du machst ja an und dann machst du erst wieder aus ja soo wo mach ich denn mal mach ich das denn äh ist ja hässlich sollte so gehen soo mach ich das soo mach ich da ne Fackel was tut denn da ähm ich brauch mal ein Signal um zu gucken ob das reicht von der Länge ach genau das Signal muss einmal umgedreht werden ne ja für die dann muss ich es hier hinten für die nochmal umdrehen ne das heißt hier ein Dirt-Block hin und Fackel dran ach ne gar nicht hä das ist jetzt ein Signal ne genau doch das wird ja nochmal umgedreht hier ähm wie denkst du dass ich hier wieder rauskomme weiß ich nicht keine Ahnung nein nein nein